Jo meine Resortenfreunde und willkommen zur nächsten Folge Professionalität in Person, Digga Ja man Von Let's Battle So Oh, ein Skelett Wir sind wieder back am Start Wir sind back am Stizzle Lass einfach hochgehen, den kriegen wir nicht Stizzle in Haven Alter Digga Komm her, komm hoch, komm hoch Ich mach zu Oh, das sind zwei So, wie gut sind so ein Röttchen Ja, die scheinen ganz gut gewachsen zu sein Ja, ich pack Knochenmehl drauf Das ist irgendwie, das dauert zu lange Sonst haben wir nachher nichts zu essen Kann ich die mit irgendeinem Wasser bauen? Auch mit der Frau? Ja, einfach mit der Hand Ja, alle jetzt hier Nicht drüber laufen, ne? Darüber schleichen Ja, ich pflanze neue an Ja, laufen kann man auch Geh du schon mal nach oben und gucken, ob wir irgendwie was hier machen können Wie viel kommen da eigentlich raus? Ich glaub vier irgendwie Ok Ich kann ja da mal ein paar davon essen Ja, klar Jetzt noch 18 Stück Stell dir vor, ich komm so hoch, Alter, die sind da Ja, Mann, ich würde durchdrehen vor Paranoia, ey Ja, Mann, ich würde durchdrehen vor Paranoia, ey Gucken, ob man Namensschilder sieht, ne? Ich habe mir übrigens überlegt, ob wir vielleicht die Kisse nicht doch ein bisschen weiter rausstellen Ich würde die draußen, ich würde die draußen hinstellen Noch wiegt ihr euch in Sicherheit aber nicht mehr lange Einmal mal XD Eisen rein Geh mal weg, geh mal weg Geh mal weg Wo denn? Die haben gar keinen Apfel Ok, gut Unsere Waffenbox Stell ich mal kurz hier hin Kann ich irgendwas craften? Ach, warte mal Komm doch hier Ja, Mann Was ist los? Nicht erschrecken Nicht erschrecken Ja, Mann Was ist das für eine? Die M1 Carabiner Carabine Ok Ich habe Springfield Ammo Da, 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 da Springfield Ammo ist Sniper Ok Zwölf, zwanzig und vier Glas Gut, zwanzig Holz Das Holz ist hier drin Fuck, okay, dafür ist mir das zu schade Lass uns lieber erstmal die Thompson machen oder so Egal, ich, also ich habe ja das jetzt nur da reingefüllt, weil wir die Waffe hatten und ich die Ammo gefunden habe Jaja, das ist gut Ich habe das ja jetzt nicht gecraftet Ne, ich habe noch die Browning habe ich noch einmal Das ist ein MG So, ich muss nicht wieder mit Rechtsklick irgendwo drauf drücken, ne? Oh, Alter Browning, weißt du wie viel du für die Munition brauchst? Mhm 25 Eisen und 15 Schießpulver Krass, Mann, krass Ok, also Den Dreck können wir ja mal da rausholen Also ich habe 15 Schuss mit dem Ding, ich habe aber keine Ahnung wie gut das ist Ist doch egal, Hauptsache wir haben erstmal was, Mann Die M1 Carabiner, die haben wir ja Sten Ammo, ich habe noch Sten Ammo hier, ich sortiere mal die Kiste Ich habe Kara, ich habe noch M1 Carabiner Kannst du mal den, ich öffne mal kurz den Link von Dominic Ich habe noch eine Mose im Ding, ne? Ey, da sind nur die Waffenboxen drin Jaja, mehr brauchen wir auch gar nicht Achso, die Wildschmer Die deutsche Waffenbox brauchen wir, wir brauchen den Ok, gut Rosenrot und, äh, Inkstacks Äh, jetzt zur Zeit geht er Nacht Was wollen wir machen? Runter nochmal? Oder suchen? Was suchen gehen, Digga Ok Ähm Ja, bau doch zu Ja, mach du mal zu Warte, nein, obwohl ich habe hier den Stein dafür Warte, die nehme ich mit Ja, bau doch noch schneller Halt die Fresse Wir brauchen großen und guck mal im Wasser, ob du da irgendwo so ein Vieh findest Tittenfisch, ja Tittenfisch Äh, Tittenfisch Let's los Da hinten ist der Tempel Ich guck mal so ein bisschen rum Hast du eigentlich einen Waypoint zu unserer Basis? Base? Ja Achja, Humme Humme, ja HME Du suchst was? Ich hab ne Rose Ich hab eine Rose, wow Ne, zwei Gut, ich hab's drei Ich guck Du musst halt auch ein bisschen gucken, ob hier Leute rumlaufen Weil scheinbar laufen die ja grad rum, ne? Ja, Alter, die können von mir aus so scheiße erzählen, wie sie wollen, Digga Dass die rumlaufen ist ja jetzt nicht so abwegig Ja, du, das ist mir aber auch relativ egal, weil wir haben Waffen für die Distanz Oh! Oh mein Gott! Das ist Schloss Auf einmal stand ein Creeper vor mir! Den hab ich gar nicht gesehen! Oh, Alter! Ich guck so... Ich guck so in die Ferne Auf einmal seh ich dieses creepy Face vor mir Oh! Ach, das bist du Okay, gut Ich weiß schon was das Prä-Intro wird! Oh! Alter, hab ich mich erschrocken grade! Da hinten war glaub einer Wo? Wo bist du? Ja, nicht ein Gegner, hier so ein Vieh Ach so So ein Husser So ein Hürgensen Das ist ein Skelett Ich weiß nicht mal wo du bist, Mann Alter, sind die tief Greifen die an? Ne, oder? Eigentlich nicht Wo? Ach so, die Dinger? Ne, die greifen mich nicht an Da ist ne Hexe, pass auf Wenn du raus kommst aus dem Wasser Ich weiß nicht wo du bist Ich weiß echt nicht wo du bist Wo ist die Hexe? Ich bin direkt bei unserem Spawn Äh, bei unserem Haus Finde ich direkt Ja, die Creeper würde ich machen Aber ich weiß nicht wo du bist Ich bin da wo wir nicht waren Ne, wo wir in der ersten Folge gechillt haben Da sind grad auch Creeper Hä? Dann muss ich ja wieder zurück zum Spawn Da in die Richtung Einmal um den Berg, ne? Da ist ein Skelett Und ich fix Fix? Wer ist fix? Fix ist ein Gegner von uns Ne, ich ficke es Ach so Hier sind zwei Creeper Ja, machst du tot Das ist auf jeden Fall auch ne Hexe, ja So, hab ich jetzt Insect Digga, weißt du wie pervers das ist Wenn die Creeper so rumlaggen? Ich hab drei Insect jetzt Ja, nice Eins hat gereicht Okay Ja, da wären auch noch mehr gewesen Von den Viechern Da ist auch noch eins Ich hab so Paranoia, ne? Okay, lass wieder ins Haus Lass die deutsche Waffenbox machen Und gucken, wer wir dafür Ammo haben Herr Topragini ist Oh, was ist da? Digga Ähm, wir haben vier Feinde Jetzt muss ich sehr viele Karotteneisen Wir haben so viel Eisen, man Das ist so gut So Äh, Crafting Table Gib mal die Inkstacks bitte Ja Mh Mh Danke Und da ist die deutsche Waffenbox MP40 MP44 war die Die wir damals gemacht haben Warte, ich habe Was hast du für Ammo? Können wir vielleicht das mal gucken? Oder Nee, für die deutsche hab ich nicht Springfield Ammo Springfield Ammo ist keine deutsche Das weiß ich jetzt schon Ja, die, die ich habe ich auch keine Ähm, Springfield ist Die Mosin Magant Ammo Ja Wow, wir brauchen Lapis Lazuli und Rosenrot Ich habe noch genau beides Ja, perfekt So, warte Das kommt so hin Das kommt so hin Oder haben Die amerikanische haben wir doch, ne? Ja, die habe ich Gut, so Wir brauchen jetzt die russische Und da Die russische? Die britische Waffenbox brauchen wir Geht's nicht noch eine russische? Die britische hast du doch gerade gemacht? Nein, ich habe die deutsche gemacht Ach, das ist die deutsche Ach ja, stimmt Nee, ne russische gibt's nicht Es gibt noch Japano und Shinako Ach so Ja, dann mach mal die Nein, hier die So, und dann müsste hier Irgendwo die Thompson sein Äh, nee, nicht die Thompson Hä, bin ich behindert? Ich habe Ammo für Springfield Ammo Ich habe Ammo für nichts Von dem Was da drin ist Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen? Wo ist denn die Springfield? Das ist doch entweder eine Ami Vielleicht nicht Na Springfield Ammo Das ist Ami Aber das war das Sniper Gewehr Gut, dann kann ich die wegpacken Wir haben noch eine K98 Die war deutsch, oder? Ja, da ist sie doch Hier, ich packe mal das, was ich noch habe Da auch noch rein Ich habe mir einmal K98 Ammo gemacht Einen Sitz habe ich auch Äh, links war zu Zoom, rechts war schießen, oder? Links war Zoom, rechts war schießen, ja Okay, gut Ah, das ist so ein Ah, ich weiß, was das für eine ist Okay, die ist relativ präzise Auf längere Distanz Gut Ähm Gut, dann haben wir beide schon mal Waffen, ne? Das ist auf jeden Fall besser als letztes Mal Oh ja Ich habe hier noch Holz Ich habe noch ein Cold Cold müsste doch eigentlich Deutsch sein, wenn ich mich nicht Bist du gerade gesteppt? Ja, gut Da ist der Cold Dafür mache ich mir auch noch einmal Ammo Dann haben wir schon mal zwei Waffen mit Ammo So Weil die, glaube ich, gar nichts bringt Du hältst bitte Ausschau, ne? Wenn die das hier sehen, Alter Die bringen uns direkt Digga Ich habe nur die Kiste benutzt Ich sag's vorher auch noch nicht Mit der Waffe rechts klick machen Ähm, können wir uns bitte die Deutsche machen, die Kannst du mal kurz gucken, die MP44 Die mache ich jetzt zweimal Okay Was steppt hier neben uns? Das ist wahrscheinlich ein Tier oder so, ne? Das ist wahrscheinlich Ultranervös Wollen wir hier noch schon auf die Suche gehen Und gucken, wie gut die anderen sind Ja, oder? Kann man machen, ja Und danach verbraben wir die Kiste neu Guck mal, dass du die Kiste irgendwie verbuddelt kriegst Nimm mal alles, was wir davon brauchen Hier rein In dein Inventar Wir müssen noch ein bisschen Eisen haben Dann können wir die Thompson zweimal machen Ich habe jetzt... Ups Ne, das brauche ich nicht Fehler Hier ist der Emerald Ja, jetzt haben wir MG42, ne? Hallo? Ja, was ist mit MG42? Wieso haben wir jetzt das Zeug rausgenommen? Ja, die haben wir jetzt zweimal haben wir... Ja, weil wir die umsiedeln wollen, die Box Ja, warum hast du die dann jetzt gerade in die Kiste gemacht? Ich habe gar nichts in die Kiste gemacht, ich habe gar nichts angepasst Die MG42 MG42 war schon vorher drin Ach so So, die MG42 Dafür gibt es zwei verschiedene Magazine Ich check aber nicht, was für was ist Zeig mal, in welcher ist die? Im... Ähm, ich mache uns kurz noch eine Panzerfaust, ne? So Ja, mach mal Gut, dafür... Ja gut, für das eine Magazin brauchen wir ja 20 Dinge Ja, aber ich weiß nicht, was das... Ich weiß nicht, ob das andere ein Magazin ist Oder was soll das sein soll Ich weiß es nicht Deswegen würde ich... Ich würde die MP44 machen Das ist das sicherste Davon können wir uns gleich vier Magazine machen Und zwei Waffen Mach, mach, komm Ja, ich habe nur 30 Silber Also Ich gebe dir die mal, weil ich habe die Panzerfaust Hier, bitteschön Oh, danke Ja Nice, danke Woah, geil Dann mache ich uns noch eine Panzerfaust, äh... Ammo Zack Mach das, was du für richtig hältst Ja Ich habe hier noch Pfeile Die sind da noch drin Wir brauchen die Diamanten Waren wir die Diamanten mit? Mosin Nagant Ammo Ich glaube, das ist eine Japsenbox Ich bin mir aber nicht sicher Alter Ohne Witz hier Ey, wir sind so gut ausgerüstet, ne? Lass mal... Lass mal eine Box hier drin lassen Und da machen wir den ganzen unnötigen Kack rein Und das... Die ganzen Waffen und das wichtige Zeugs nimmst du mit? Hm... So Ja, die Pfeile würde ich auch mitnehmen, wenn ich du wäre So, dann nehmen wir das ganze wichtige Zeugs mit Oh, können wir ein Ding machen? Ein was? Bogen? Äh, ja, kannst du machen Ich habe noch... Warte, hier eins, zwei... Ich habe noch drei Eins, zwei, drei Sticks Drei String habe ich Ja, Sticks habe ich dir gerade hingeboten Okay, wie mache ich den jetzt? Äh, du kommst hierher? Ja, ich bin schon auf dem Ding Achso, du machst Mitte oben, rechts, Mitte unten Und links machst du dir drei Strings Wie war das? Mitte oben? Mitte oben, rechts Mitte, unten Mitte Und dann links die Reihe runter Wie ein Bogen halt Achso, und dann... Ja, wir können dich entchanten Das regt mich halt so ultra auf, ne? Ey, warum kloppt das nicht? Das wird so paranoid irgendwann, ne? Die Sendung ist nichts für mich Egal! Wir haben so viel Cobblestorm Warum machen wir es nicht einfach einen zweiten Bogen? Geht das nicht hin? Hier, mach du mir mal einen Bogen Ich bin zu blöd dafür So, mein Eisen ist jetzt komplett in den beiden Ökken Ja, Strings Da ist, da ist dein Bogen Da ist der Bogen Bitteschön Nice, hab ich jetzt? Ja So, ich muss mein Inventar sortieren Sonst habe ich echt irgendwelche... Ähm... Warte, ne neue Kiste brauchen wir Ja, kannst du mir ein bisschen Kohle geben? Obwohl, ich hab mir schon genommen Ich hab... Diese Steps machen mich so paranoid, ne? Okay Guck mal bitte weiterhin hier irgendwo rum Ob da irgendwelche Gegner sind oder so Schleich mal bitte Sneaken Solange du kannst, sneaken Okay Quiet Hardware So, okay, gut Jetzt mach ich die andere MP44 Okay, bald wird's wieder Tag Ja, gut Ich kann jetzt noch ein Magazin dafür machen Hab ich überhaupt für die MP44 schon eins? Nee, 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 ich mach dir sofort ein für eins So, warte Das Magazin Hast du... Jetzt Nice, Digga Ja Wir müssen halt... Wir haben keinen Apfel, das regt mich halt auf Und gleich was ist das Tag? Dann können wir auf die Suche gehen, oder? Ist das ein Plan? Das ist schon ein sehr guter Plan sogar Nimmst du... Du zwei Kisten mit Ich eine Oder andersrum? Was willst du machen? Ich hab ne Kiste schon Nein, ich mein... Also du hast eine Kiste gemacht Das ist gut Ne versteckte Aber ich mein jetzt eigentlich von den Waffenkisten Achso Wollen wir die verstecken? Ich würde irgendwie... Die Deutsche würde ich mitnehmen Die... Großbritannische können wir wegpacken Nein, die brauche ich noch, die Deutsche Ich wollte noch zwei Munition machen Ja, Munition machen Zwei Magazine Danke Die anderen beiden kannst du schon mal mitnehmen So, das komplette Eisen Wird... Hier, warte Ein Magazin für dich Bitteschön Das ist jetzt auch nochmal für die MP44, ne? Ja, genau Du hast jetzt zwei MP44 Magazine So, ich nehm die Öfen mit Und die Kiste mit So Endeside hab ich nicht drin Warte So Die Kiste haben wir zu Du hast ne extra Kiste gemacht, ne? Mhm Was zum Teufel? Ich hatte mein Schwert in der Hand Glaub ich Und auf einmal schießt meine Panzerfaust Ja, gut Aber da... Ich dachte grad, da kommen Gegner, Alter Ja, geh, geh Komm raus Komm mal mit... Komm mal mit hier unten Ich hab nur ein Kack Steinschwert, Digga Und ich hab nicht mal Rüstung Komm her Ja, dann brenn... Wollen wir willst du noch weiter brennen, lieber? Ja, wir sollten mal scheinen... Kannst du die Kiste da unten reinlegen jetzt, bitte? Wo? Da unten Wo hast du denn her? Ja So, dann kommen... Okay, folgen Ende Die hast... Die würde ich behalten Die würde ich immer mitnehmen Ja, jetzt hab ich sie in der Kiste schon Okay, gut Dann sagen wir... Nächste Folge geht's los, würde ich sagen Ja Schaut auch bei den anderen Teams vorbei Bitte nicht spoilern natürlich Ja, das wär lieb Wenn's euch gefallen hat, lasst ne Bewertung da bis dahin Macht's gut, Leute Atau noch fröh' 것 Bis zum nächsten Mal.